Kepassa Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und zu einer neuen Folge Stofflandfluss. Wir sind bei Stofflandfluss, das Rad ist aufgestellt und wir werden euch wieder eine schöne Folge raushauen. Was geht ab Emil? Was geht ab Mike, was geht ab Community, ich freue mich auf die neue Folge Stofflandfluss und ich würde sagen, du drehst mal direkt am Rad. Das ist ja so spannend. Wir haben Land. Land ist eine Trainings- und Ernährungsfrage. Welche Lebensmittel sind gut und günstig für den Muskelaufbau? Ja, das Ganze ist mittlerweile in einem anderen Kontext zu sehen als früher, denn viele Lebensmittel sind in den letzten Jahren verdammt teuer geworden. Aber wir dürfen nicht vergessen, alles ist irgendwie teurer geworden und wir müssen ja trotzdem an bestimmte Lebensmittel ran und an bestimmte Makronährstoffe. Genau deshalb, obwohl vieles teurer geworden ist, müssen manche Quellen einfach die Quellen bleiben. Das heißt, wenn wir auf der Kohlenhydratseite sind, finde ich, sind wir immer noch mit am günstigsten dran. Zwar sind zum Beispiel Reis und Haferflocken etwas teurer geworden, aber verhältnismäßig kommt man damit immer noch gut zurecht. Und so bleibt weiterhin der Aufbau, also die Off-Season, günstiger als die Diät, in der man meistens mehr Eiweiß braucht. Das heißt, du kommst immer noch sehr gut klar mit Kartoffeln als natürliche, gesunde und recht günstige Quelle für Kohlenhydrate. Dafür hat sie verhältnismäßig weniger. Ja, Reis und Haferflocken wären meine zweiten Favoriten. Wenn du etwas mehr Carbs auf einmal brauchst, würde ich dort zuschlagen und das geht preislich tatsächlich. Anders wird das Ganze natürlich, wenn wir Richtung Proteine gehen. Früher habe ich eher so ein bisschen von Milchprodukten abgeraten, weil manche Menschen einfach empfindlich vom Magen her darauf reagieren. Nicht, weil sie per se so schlecht sind von der Proteinquelle. Mittlerweile würde ich sagen, in Zeiten, in denen zwar Magerquark auch teurer geworden ist, aber der Fisch und das Fleisch verhältnismäßig sich mehrfach überschlagen haben. Und wenn wir auch noch eine gute Qualität wollen, das Ganze nochmal höher geht, würde ich sagen, dass wirklich so ein ganzer fetter Magerquark am Tag dir eigentlich einiges bieten kann. Trotzdem wird das nicht ausreichen. Und ich garantiere dir, wenn du drei oder vier, 500 Gramm Magerquarks am Tag isst, um dein Eiweiß zu decken, spätestens dann wirst du deine Verdauung wahrscheinlich merken. Das heißt, hier ist ein bunter Mix gefragt. Eier sind immer noch meiner Meinung nach bezahlbar, auch wenn du hochwertige nehmen möchtest. Deswegen würde ich Ei kombinieren, dann hast du auch gleich eine gute Fettquelle mit dabei. Mit einmal Fleisch am Tag zum Beispiel, da hochwertiges Fleisch kaufen und gucken, was du dir eben leisten kannst. Und das Ganze mit Milchprodukten mixen. Und dann kriegst du ja auch immer noch Eiweiß zusammen aus Nüssen mit, die du ja auch für eine Fettquelle brauchst. Das heißt, hier sind wir bei Fetten. Nüsse sind eine gute Fettquelle, Avocado ist eine gute Fettquelle. Und zum Glück brauchen wir von Fetten ja nicht ganz so viel wie von Eiweiß oder von Kohlenhydraten. Die Überschrift der ganzen Sache wird, sich gesund zu ernähren ist leider sehr teuer geworden. Alles was frisch ist, alles was gut für uns ist, kostet heutzutage einfach nochmal mehr als früher. Und leider muss man sagen, vieles davon ist auch nicht mehr ganz so hochqualitativ. Aber das sind eben die Zeiten. Das heißt, wer sich gesund ernähren möchte, wird leider bestraft und muss viel Geld bezahlen. Das ist einfach so. Grundsätzlich zum Ende würde ich euch vielleicht noch mitgeben, dass man doch darüber nachdenken sollte, hochwertiges Eiweiß hier und da durch Whey-Protein zu substituieren. Denn in der Leistungsratio zum Preis hast du auch bei Whey-Protein zum Beispiel 70 Gramm im Schnitt auf 100, während du zum Beispiel bei Fleisch 23 auf 100 hast. Und wenn du das Ganze mal hochrechnest, unterscheiden die sich alle gar nicht mehr so sehr. Das heißt, auch hier würde ich sagen, wenn du klug aus allem kombinierst, dann hast du die Möglichkeit, günstig zu leben. Aber du lebst immer im Aufbau günstiger als in der Diät. Und wenn du dich Bodybuilding-lastig oder gesund ernähren möchtest, dann brauchst du halt ein bisschen mehr Geld. Ist leider so. Okay, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Danke dafür. Ich würde sagen, wir können jetzt nochmal drehen. Drehen wir. Was ist los hier? Stoff. Wir haben eine Stofffrage. Würdest du sagen, dass du dir mit deinem bisherigen Steroid-Konsum geschadet hast? Gegenfrage. Geschadet in dem Moment oder geschadet nachhaltig? Beides. Eher nachhaltig, aber auch in dem Moment. Kannst du auch gerne ein bisschen drauf eingehen. Ich habe in dem Moment, in dem ich viel Steroide genommen habe, gemerkt, dass ich mir vor allem in dem Moment geschadet habe. Woran habe ich das gemerkt? Ich habe gemerkt, dass auf hohen Dosen von Testosteron und Trembolon gleichzeitig mein Schlaf unglaublich schlecht wurde. Ich habe Nachtschweiß gehabt. Ich hatte wirklich nachts auch, weil ich viel zugenommen habe in kurzer Zeit, Atemaussätze, also Schlafapnoe. Ich bin aufgewacht mitten in der Nacht und hatte Angst, dass ich ersticke. Ich hatte Angst, wieder einzuschlafen, weil ich wirklich davon wach geworden bin, dass ich nach Luft geschnappt habe. In diesem Moment habe ich gemerkt, dass ich mir irgendwie gesundheitlich gerade keinen Gefallen tue. Gleichzeitig sind meine Arme andauernd eingeschlafen, also auch davon bin ich wach geworden und ich dachte, oh mein Gott, ich spüre meinen Arm nicht mehr. Was ist passiert? Musste den erstmal suchen, was irgendwie auch erschreckend war. Beim Spazierengehen hatte ich zu viel Pump im unteren Rücken, musste mich dauernd hinsetzen. Das hat mir in dem Moment irgendwie das Leben schwerer gemacht, hat mir aber gesundheitlich zum Glück nicht besonders geschadet. Was mir geschadet hat, war zum Beispiel eine sehr schnell sich ausprägende Gynäkomastie, die in der Zeit auch gekommen ist, die ich dann auch erstmal nicht mehr losgeworden bin. Das heißt, in dem Moment habe ich schon gemerkt, dass ich mir irgendwo schade, auch wenn meine Blutbilder gar nicht mal so schlecht aussahen. Also ich habe Steroide tatsächlich immer sehr gut vertragen, wenn wir rein auf die Blutbilder blicken. Aber in Bezug auf Lebensqualität und bestimmte Nebenwirkungen habe ich sie mit der Zeit schlechter vertragen und habe dann auch bewusst die Entscheidung getroffen, weniger auf Steroidkonsum in Mengen zu gehen, sondern mehr auf Training und Ernährung. Und das Ganze ist jetzt schon einige Jahre her und deswegen habe ich auch angefangen, diese ganzen Videos zu machen. Wenn man sich auf Long Term bezieht, dann kann ich sagen, dass bis jetzt mein Körper keinerlei Zeichen irgendwelcher Schädigungen aufweist. Es ist natürlich schwierig zu sagen, aber meine Nieren funktionieren hervorragend, meiner Leber scheint es gut zu gehen und auch meinem Herzen. Das heißt, ob ich mir langfristig geschadet habe, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ob die Neurotoxizität vielleicht schon so hart angeschlagen hat, dass ich irgendwann ein höheres Schlaganfallrisiko habe, weiß ich nicht. Meinem Herz scheint es gut zu gehen, das heißt, ich habe keine Anzeichen auf linksventrikuläre Hypertrophie. Das hat wirklich der Kardiologe 1 zu 1 so gesagt. Mein Herz ist kerngesund und das von einem Ausdauersportler. Insofern bleibt abzuwarten, ob ich vielleicht ein klein bisschen zu viel meiner Filtrierungseinheiten der Nieren abgetötet habe, auch durch meine Sessions mit Oralsteroiden. Aber bis dato kann man nicht sagen, wie ich mir geschadet habe. Dass ich mir langfristig geschadet habe, ich würde sagen, in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich schon. Aber ich denke, der Backflash deines restlichen Lebens ist dafür verantwortlich. Das heißt, du hast eine Verantwortung. Du musst schauen, nachdem du so viel Steroide genommen hast oder auch selbst wenn du es noch tust, musst du dich immer weiterentwickeln in Bezug auf Prävention, in Bezug auf ein gesundes Leben, in Bezug auf Ernährung, Regeneration, Schlaf, Stress ist der Killer überhaupt. Und je mehr du dich in diese Richtung weiterentwickelst, desto mehr kannst du, glaube ich, langfristige Effekte eindämmen und vielleicht sogar wieder ein bisschen was gut machen. Okay, dann wollen wir natürlich hoffen, dass das mit den Nebenwirkungen, langfristigen Schäden dauerhaft so bleibt, dass du keine hast. Aber es kann natürlich irgendwann nochmal sich bemerkbar machen. Ja, genau. Das wissen wir alle nicht. Deswegen insofern, bis dato ist alles gut. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass ich im Gegensatz zu vielen Menschen Steroide und auch generell alle Stoffe richtig interpretiere. Das heißt, ich sage nicht per se, alles ist gleich schlecht. Ich rede aber auch nicht alles schön. Ja. Das heißt, ich tue alles, was ich tue, in dem Wissen, was es tut und kann damit auch umgehen. Das heißt, ich weiß, worauf muss ich in der Zeit achten. Was soll ich viel lang machen? Was soll ich nicht kombinieren? Und das ist, glaube ich, der Schlüssel der ganzen Geschichte. Und wenn man so an die Sache rangeht, kann man das tun. Ja. Wenn man aber so da reingeht, dann ist alles entweder gut oder es ist scheiße und dann schadet man sich auf jeden Fall. Ja. Weil man einfach kein Verständnis mitbringt. Und das ist, glaube ich, somit das Wichtigste. Okay. Das haben wir geklärt. Ich würde sagen, einmal drehen geht noch für die Folge. Okay, ein Slightly. Ein Slightly. Wow. Der war geschmeidig. Und wir haben schon wieder Land. Kein Stoff. Kein Stoff. Land ist wieder eine Trainings- und Ernährungsfrage. Ja. Ist es problematisch, wenn man zu oft Lachs isst? Mhm. Isst du oft Lachs? Tatsächlich nicht. Mhm. Ähm. Das ist eine Frage, die eigentlich, wenn man bedenkt, was Lachs darstellt, überflüssig wäre. Lachs ist gesund. Sehr hochwertiger Fisch liefert Omega-3-Fettsäuren aus EPA und DHA. Also die einzigen Omega-3-Fettsäuren, die wir wirklich fertig konvertiert nutzen können. Und von denen man all diese Effekte, die man Omega-3 zuschreibt, kennt, auch bekommt. Das sind genau die. Es gibt ein paar Probleme damit. Erstens. Die ganze Menge an EPA und DHA, die wir so bräuchten, könnten wir gar nicht über Lachs decken. Also wir könnten schon, aber wir müssten drei, vier, fünf Kilo davon die Woche essen. Und ich glaube, allein das ist schon vom Preis nicht praktikabel. Und Bock hat da auch nicht wirklich jeder drauf. Aber das ist noch nicht mal alles. Die Zeiten entwickeln sich. Die Zeiten verändern sich. Der Lachs, den wir zu uns nehmen, ist oftmals nicht mehr Wildfang, oftmals aus Zucht. Oftmals ist der Lachs schlicht und einfach, egal woher er kommt, Schwermetall belastet. Und diese Schwermetallbelastung ist toxisch für uns. Das heißt, die Zeiten ändern sich tatsächlich auch dahingehend. Wenn wir so viel Lachs essen wollen würden, dass wir daraus unser EPA und DHA decken können, würde dieser Lachs sich erheblich negativ auf unsere Gesundheit ausüben. Zum Beispiel auch auf die Lebergesundheit durch die Schwermetallbelastung. Und das ist ein Problem, dem wir einfach offen ins Auge sehen müssen. Das heißt, schon eine kleinere Menge Lachskonsum die Woche kann dazu führen, dass deine Schwermetallbelastung stärker wird. Es ist also nicht mehr so, dass wir einfach blind sagen können, Fisch ist gesund, Lachs ist gesund. Wie gesagt, Zeiten ändern sich. Insofern würde ich sagen, die Zeiten des Lachs als primär bestes Lebensmittel für Omega 3 sind tatsächlich leider gezählt. Ich würde eher zu einem Omega 3 Supplement tendieren, als dazu regelmäßig Lachs zu essen. Das muss ich zum heutigen Zeitpunkt leider sagen. Sicherlich mag es immer noch Ausnahmen geben, denn es kommt immer darauf an, woher ist der Lachs. Aber wie willst du das denn wissen? Woher willst du wissen, dass das stimmt, was draufsteht? Wir wissen mittlerweile, so viele Siegel wie der Nutri-Score oder wie Bio und alles mögliche sind meistens völliger Bullshit. Da steckt einfach nur Geld dahinter. Und das ist kein Verschwörungsgelaber. Recherchiert. Es ist so. Es ist ganz offen sogar so. Es redet nur keiner in der Werbung drüber, in der Bio gesagt wird. Aber diese Siegel bekommt man ganz einfach. Und insofern ist es einfach mittlerweile schwierig geworden, sich auf sowas zu verlassen. Daher würde ich sagen, ich mag Lachs sehr gerne als Geschmack. Würde ihn als Delikatesse, so hochwertig wie möglich, immer noch ab und zu gerne essen. Aber als festes Lebensmittel würde ich ihn bis dato heute nicht mehr in meine Ernährung einpflegen. Zumindest nicht mehr als einmal die Woche. Und würde Omega-3 doch eher aus den Kapseln selbst beziehen, weil die Schwermetallbelastung da deutlich geringer ausfällt. Okay. Bei Thunfisch ist es ja auch ähnlich. Da gibt es ja auch Schwermetall, Quecksilber und so weiter. Das soll man auch nicht sagen. Jeden Tag fünf Dosen Thunfisch sind auch nicht so nice. Es ist nicht mehr so einfach. Doch, es ist nicht mehr so einfach. Deswegen, ich bin auch absoluter Fisch-Fan. Ich mag Lachs, ich mag Thunfisch. Aber es ist, ich kann es nur immer wieder sagen, ich wiederhole mich, aber es ist nicht mehr so einfach. Das ist schade. Mal sehen, was in den nächsten Jahren kommen wird. Ob das immer schlimmer wird oder ob es irgendwann eine Lösung dafür gibt. Wir werden sehen. Okay, das war dreimal gedreht für die Folge. Es war sehr informativ, sehr unterhaltsam für mich. Safe. Ich hoffe, es hat der Community auch gefallen. Das hoffe ich auch. Und die letzten Worte gehören wie immer dir. Feiert ihr diesen Content, dann wisst ihr, was ihr jetzt zu tun habt. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, stopp einmal gerne auf den Abo-Button. Denn wir liefern Daily Content. Und wenn ihr uns das Zeichen geben wollt, dass Daily Content cool ist, habt ihr einen kostenlosen Weg, das einfach jetzt zu zeigen. Und zwar lasst ein Abo auf diesem Kanal da. Denn dadurch gebt ihr uns, wenn jetzt im Moment das alles so ein bisschen steigt, das Signal, dass wir sehen, wir sollen weiter produzieren. Ich hoffe, die Themen waren interessant. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare dazu. Wie steht ihr zu Lachs- und Schwermetallbelastung? Wie steht ihr generell zu den ganzen Themen? Ich bin gespannt. Diskutiert in den Kommentaren. Stellt eure Fragen vielleicht für künftige Stofflandflussfolgen. Emil schaut gerne zu. Supportet mich auf bigzone.de mit meinem Code Mike10. Da kriegt ihr übrigens Omega-3 Fury, das Omega-3-Produkt von Bigzone mit einer unfassbar hohen EPA- und DHA-Dichte. Und das in einem tollen Verhältnis. Und so könnt ihr effektiv Omega-3 zuführen. Wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Bis zum nächsten Mal.